Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von uns von der A&M. Heute geht es um das Thema, wo geht aktuell bei dir im Betrieb sehr wahrscheinlich viel Zeit verloren und dementsprechend natürlich auch sehr viel Geld verloren. Bei jedem in der Firma ist der Flaschenhals vielleicht gerade irgendwo anders. Der eine hat gerade ein Mitarbeiterproblem, der braucht gute Fachkräfte, dem anderen fehlen vielleicht Anfragen. Heute soll es aber um ein Thema gehen, wo wir im Beratungsprozess festgestellt haben, dass viele Betriebe wirklich super viel Zeit verschwenden. Jetzt wollen wir euch das hier auf der Tafel oder auf unserem Board mal wieder aufzeigen. Wir wollen euch natürlich einen Mehrwert mitgeben. Was ist denn jetzt genau der Punkt, wo gehen denn gerade in den Beratungsgesprächen oder im Beratungsprozess, wo geht denn gerade viel Zeit verloren? Jeder von euch hat natürlich ganz oben, also das ist jetzt, kann man sich auch vorstellen, wie so eine Art Trichter, heutzutage sagt man ja auch auf englisch ein Funnel. Man hat super viele Interessenten, die kommen oben rein, also die ganzen Interessenten, die kommen über Empfehlungen, die kommen über Marketingmaßnahmen, die man hat, Plakatwerbung, Zeitungen, Onlinewerbung, verschiedenste Kanäle, da kommen die Interessenten rein. Und dann habt ihr natürlich intern euren eigenen Beratungsprozess. Wie werden diese Leute am Ende des Tages hier unten in Aufträge, in Geld verwandelt? Und da wollen wir euch jetzt einfach mal eine kurze Maßnahme oder einfach einen kurzen Ablauf mitgeben, wie ihr vielleicht bestens eure Anfragen einfach schon mal vorfiltern könnt, damit ihr eben nur mit den richtigen Leuten eine Beratung durchführt. Genau, und zwar zuerst einmal starten wir mit dem Punkt, kann ich überhaupt der Person weiterhelfen? Das heißt also, ich würde erstmal tiefer gehen, Fragen stellen zum Punkt und zwar, was stellt sich die Person genau vor, was sollte natürlich genau konkreter gemacht werden? Weil wenn man merkt, also man kann der Person halt gar nicht weiterhelfen in dem Bereich, dann macht das natürlich weniger Sinn sozusagen, noch weitere Zeit da zu investieren. Das ist natürlich wiederum halt wieder vom Bereich, sage ich mal, abhängig, in welchem Handwerks-, also Tätigkeitsfeld man dann genau, sage ich mal, fähig ist und welche Produkte es da natürlich nochmal konkreter auch geht. Das heißt also, da natürlich müsste man sozusagen wieder spezielle Fragen ausarbeiten, um das natürlich auch nochmal zu verstehen. Aber grundsätzlich gibt es halt immer ähnliche Punkte, wie zum Beispiel, also man hat ja immer ähnliche Projekte und dahingehend kann man ja ein paar grobe Fragen sozusagen ausarbeiten. Und zwar, was soll natürlich genauer gemacht haben? Was stellt sich die Person halt genauer vor? Welche Gegebenheiten müssen denn überhaupt sozusagen gegeben sein, damit das natürlich auch funktionieren kann? Und ja, damit würde ich halt wie gesagt erst mal zu Beginn starten. Es gibt ja vielleicht bei euch auch einige Leute, die rufen an über das Telefon, die kommen über die Webseite, die haben bei Google mal gesucht oder wie auch immer. Und es gibt ja auch Menschen, denen kann man gar nicht weiterhelfen. Die haben bestimmte Vorstellungen, was man aber selbst gar nicht anbieten kann. Vielleicht ist man gar nicht in dem Preissegment unterwegs, vielleicht hat man bestimmte Materialien gar nicht. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, Leuten auch mal zu sagen, okay, ich kann dir nicht weiterhelfen. Da würde es ja auch gar keinen Sinn ergeben, wenn man jetzt eben eine Stunde Beratung führt. Der Interessent verschwendet seine Zeit, ihr verschwendet euch selbst mega viel Zeit. Kapazitäten sind geblockt, Zeit geht verloren. Und wo Zeit verloren geht, geht natürlich auch viel Geld verloren. Deswegen erste Frage, kann ich überhaupt weiterhelfen? Das kann man dann telefonisch einfach einmal kurz nachfragen. Okay, Herr Müller, was haben Sie denn da für Vorstellungen? Und wenn der eben jetzt schon gewisse Sachen sagt, was hat er sich vorgestellt? Dann kann man eben schauen, können wir ihm helfen oder nicht? Zweiter Punkt ist eben einfach das Thema, dass wir da auch schon mal schauen, passt das, was wir anbieten können und was der Kunde haben möchte von den Vorstellungen, passt das überhaupt auch mit den preislichen Vorstellungen überein? Deswegen in Step Nummer zwei der Preisrahmen. Wie kann man das am besten machen? Ihr habt ja auch bestimmte Richtwerte, wenn man jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage anbietet und man hat da eben bestimmte Größen, eine Anzahl an Modulen und mit Speicher oder ohne Speicher oder wie auch immer. In welchem Kostenrahmen liegt das? Das Ganze ist natürlich erstmal nur eine Schätzung, weil man ja auch die Situation vor Ort beim Kunden nicht kennt. Man weiß nicht, okay, wie ist jetzt gerade das Dach aufgebaut, wie sieht der Zählerschrank aus? Deswegen kann man einfach eine grobe Schätzung geben. Mensch, Herr Müller, nach dem, was Sie mir jetzt am Telefon gesagt hat und so wie ich das grob bei Ihnen einschätzen kann, liegt so eine PV-Anlage, 10 kW Peak mit Speicher, jetzt bei uns hier zwischen 18.000 und 23.000 Euro. Das ist jetzt erstmal eine größere Spanne, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie sieht die Situation bei Ihnen vor Ort aus? Wenn wir bei Ihnen eine persönliche Beratung durchgeführt haben und wir haben uns vor Ort die Situation angeschaut, dann können wir Ihnen da natürlich auch ein genaues Angebot machen. Haben Sie denn so viel für so eine PV-Anlage eingeplant? Und dann kann man da eben ganz genau schauen, ob das dann vom preislichen Rahmen auch passt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wenn der Interessent jetzt sagt, Mensch, ich habe aber nur 8.000 Euro eingeplant und die Anlage, die er sich jetzt aber vorgestellt hat, die geht erst frühestens bei 17.000 Euro los, dann ist ganz klar, da können wir zwei Stunden lang Beratung vor Ort machen, da kommen wir miteinander nicht zusammen. Und deswegen macht es eben auch Sinn, das vorher einmal zu klären, damit wir auch wissen, okay, wir können diesen Interessenten bedienen, das passt, der kann die richtigen Produkte bei uns bekommen und damit kann man ja auch schon mal filtern, dass man irgendwelche Preiskämpfer, Angebotssammler, dass man die an der Stelle vielleicht auch schon mal rausfiltert, die jetzt eben nur super großen Wert auf ein super günstiges Angebot legen. Genau, und hierbei ist es auch sehr wichtig, wenn man natürlich, bevor man zum Preisrahmen kommt, ist wieder natürlich Punkt 1 sehr wichtig, das heißt, man muss genau verstehen, okay, kann ich dem Kunden überhaupt weiterhelfen und was hat er natürlich genau für genaue Vorstellungen. Klar, es gibt natürlich Projekte, wie zum Beispiel jetzt PV-Anlagen, was wir jetzt hier mal als Beispiel genannt haben, ist es natürlich ungefähr, also sage ich mal, grundsätzlich einfacher herauszufinden, was sich natürlich die Person preislich halt vorstellen sollte oder in welchem preisreglichen Rahmen sozusagen man gehen kann. Das heißt, die Einschätzung ist da wahrscheinlich valider oder besser als jetzt beispielsweise im Bereich von einer Bat-Sanierung. Ja, da kann es natürlich noch sehr viel unterschiedlich halt sein. Da geht es aber viel mehr darum, da muss man wirklich genauer schon verstehen, was sozusagen projektlich, also oder was man genau beim Projekt, sage ich mal, machen sollte. Also da muss man wirklich schon mal tiefer, sage ich mal, einfach reingehen, um besseres Verständnis zu bekommen. Plus da kann man es natürlich auch noch genau dem Kunden auch erklären, okay, was haben die sich dann zum Beispiel dann, falls man mit einem Angebot, sage ich mal, kommt, was irgendwie preislich vielleicht komplett aus dem Rahmen ist, kann man ja natürlich nochmal nachfragen, okay, was haben die sich denn vorgestellt, da kann man ja natürlich nochmal reingehen, gut, da können wir zum Beispiel noch andere Materialien zum Beispiel nochmal nutzen, um halt in diesen Preisrahmen natürlich nochmal zu kommen. Und wenn man merkt, okay, man kann da quasi irgendwo gemeinsam halt quasi hinkommen, ja, dann super, dann würde es sich natürlich auch lohnen, weiterzusprechen. Sonst kann man natürlich sagen, gut, dann passt es halt einfach leider nicht. Die meisten kennen das ja auch schon jahrelang aus der Beratung. Wenn man jetzt schon jahrelang Gespräche im Badsanierungsbereich geführt hat, dann merkt man ja auch, ob der Gegenüber da jetzt ein wirkliches Interesse dran hat oder ob das jetzt einfach nur mal so ein Nachfragen und Schauen ist. Und es gibt halt, wie ihr ja gesagt habt, einfach viel mehr Variablen. Welche Fliesen wähle ich? Was möchte ich jetzt ganz genau haben in meinem Bad? Wie soll es aufgebaut werden? Und deswegen ist es natürlich viel komplexer. Aber man kann das einfach durch ganz grobe Fragen, kann man da schon mal sprechen und schauen. Und dann merkt man ja, okay, passt das mit dem Gegenüber überein? Genau. Dann kommen wir mal zum dritten Punkt. Und zwar, ja, es ist der Punkt Zeitpunkt. Was meinen wir damit? Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, dass, bevor man im Endeffekt noch tiefer in eine Beratung einsteigt, man auch verstehen sollte, zu wann möchte denn der Kunde das Projekt dann auch umgesetzt haben. Denn sicherlich kennt ihr das auch. Ein Kunde kommt irgendwie vorbei, bespricht, man geht schon sehr tief in ein Projekt halt rein, man bespricht es schon sehr tief und auf einmal kriegt immer, ja, ich möchte es halt erst in drei Jahren machen, weil ich da erst mein Haus baue. Gut, bis dahin haben sich Preise und Inflation und weiß weiß ich was alles schon natürlich komplett schon verändert. Das heißt, man kann eigentlich keine genaue Einschätzung aktuell geben. Das heißt, es lohnt sich auch aktuell einfach wenig, diesen Kunden wirklich ausführlich zu beraten. Das heißt, man könnte halt den Kunden in der Form dann zum Beispiel einfach mal verdrösten und sagen, hey, weil es im Endeffekt so, so und so ist, also zum Beispiel jetzt, du möchtest zum Beispiel in drei Jahren zum Beispiel dein Haus bauen oder dieses Projekt dann umsetzen, dann würde es sich eher lohnen, dass wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorher uns nochmal gemeinsam zusammensetzen und dann nochmal tiefer dann ins Thema einfach einsteigen. Weil wie gesagt, bis dahin sich natürlich das Thema Preise noch sehr stark halt auch verändern können und man es jetzt aktuell nicht absehen kann, wie das Ganze auswirkt. Das heißt, jetzt ein Angebot zu machen, wäre halt einfach irreführend an der Stelle. Genau. Und das ist ja auch von Produkt zu Produkt anders. Bei manchen braucht man einen längeren Vorlauf, bei anderen braucht man einen kürzeren Vorlauf. Nur da kann man ja auch dahinter schon sehen, wie viel Verbindlichkeit ist jetzt hinter diesem Interessenten überhaupt hinter. Wenn er jetzt für eine PV-Anlage sagt, Mensch, das wird erst in sechs Monaten interessant, aber die PV-Anlage, die könnte ja eigentlich auch jetzt schon aufs Dach, dann merkt man ja auch schon, okay, da ist irgendwie nicht so ganz das Interesse dahinter. Während das jetzt, wenn jemand gerade in der Planung für ein neues Haus ist, dann ist logisch, dass wir da auch schon ein bisschen vorzeitiger irgendwie dann in die Planung mal reingehen müssten. Genau. Dann müsst ihr natürlich auch wieder schauen, also was bietet ihr natürlich konkreter an und dahingehend natürlich den Zeitpunkt dann natürlich auch anpassen, also mit dem Puffer natürlich, dass ihr das Ganze dann auch in Ruhe halt umsetzen könnt gemeinsam. Also natürlich ihr selbst als Handwerker und natürlich dann der Kunde auch. Genau. Okay. Gut. Dann kommen wir einmal zum nächsten Punkt, Punkt Nummer vier. Das ist der Punkt eben nach den Entscheidern. Ja, was meinen wir damit? Wenn wir jetzt zum Beispiel, du verkaufst Terrassendächer, ja, und wir haben da jetzt den Interessenten, den Herrn Müller am Apparat, dann können wir ja auch mal fragen, Mensch, Herr Müller, ja, sitzen Sie da eigentlich die meiste Zeit alleine unter dem Dach oder haben Sie da noch jemanden, Partner oder Partnerin, die da auch hauptsächlich mit drunter sitzen? Weil dann würde es ja auch Sinn ergeben, dass jetzt Ihre Partnerin auch bei dem Beratungsgespräch mit dabei ist, ja, weil die kann sich ja dann gemeinsam mit Ihnen zusammen auch aussuchen, wie soll das Ganze aussehen, was wollen wir da für eine Beschattung haben und so weiter und so fort. Also von daher macht es ja auch Sinn, schon vorher zu klären und da eben den Partner oder die Partnerin mit in das Beratungsgespräch einzuladen, damit man nicht dann eben nochmal einen zweiten, dritten oder vierten Termin ausmachen muss, wo da dann nochmal vielleicht der ganze Plan oder das ganze Angebot umgeworfen wird, weil eben der Partner noch ganz andere Vorstellungen hat. Genau, und außerdem kennt ihr wahrscheinlich auch das Prinzip stille Post, das heißt, vielleicht nimmt der Interessent die Information nicht korrekt auf oder gibt sie halt einfach falsch weiter, wodurch es natürlich auch wieder zu gewissen Fehlinformationen natürlich kommen kann und das möchte man halt natürlich ganz klar vermeiden. Das heißt, man versucht halt im Endeffekt alle entscheidungsrelevanten Personen direkt mal dazu zu holen. Also im Normalfall sind es ja wahrscheinlich Mann und Frau, dass die natürlich dann halt beide mit dabei sind, damit man natürlich auf beide natürlich auch auf die Fragen des jeweils anderen natürlich auch nochmal eingehen kann und das natürlich auch gemeinsam auch alles klären kann, damit natürlich auch beide im Endeffekt ja auf dem gleichen Stand sind. Genau, und ja, Punkt Nummer fünf, da kommen wir zum Thema Angebotssammler oder Angebotsjäger oder Preissammler, wie man es auch, sage ich mal, betiteln mag. Ja, schlussendlich geht es da sozusagen darum, wenn man merkt, der Kunde möchte halt irgendwie, also vorher hat sozusagen alles, sage ich mal, gepasst, alles super, aber man merkt, der Kunde fragt eigentlich nur noch gefühlt so zum zehnten Mal oder gefragt, das zehnte Angebot sozusagen einfach nur nach, um mal irgendwie noch zu vergleichen oder ähnliches, da muss man sich natürlich auch schauen, okay, möchte man da natürlich nochmal die Zeit jetzt investieren oder auch nicht, weil grundsätzlich ist da natürlich die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass man da natürlich noch den Auftrag bekommt, außer man ist zum Beispiel jetzt ein sehr, sehr günstiger Anbieter natürlich, weil im Normalfall ist es so, dass natürlich die Kunden, die halt sehr, sehr viele Angebote sich einholen, halt eher nach einem sehr stark günstigen Preis, sage ich mal, auf der Suche sind. Da wird es sich vielleicht noch lohnen, aber in anderen Bereichen vermutlich eher weniger, da natürlich auch schon mal vorweg wieder halt abfragen, okay, wie kann ich der Person gut weiterhelfen, man stellt sich sich genau vor natürlich von der Qualität und allem weiteren, deswegen wie gesagt, die vorderen Punkte müssen natürlich schon mal sehr gut abgeklärt werden, bevor man sozusagen da halt quasi kommt, das ist einfach nur noch, sage ich mal, eine Sicherstellung, dass auch alles vorweg passt. Genau. Man kann ja auch schon, also wir hatten das ja bei dem Punkt auch schon angesprochen, wenn man da jetzt einen gewissen Preisrahmen vorgibt und da hat jetzt schon fünf Angebote auf dem Tisch liegen, ist es gegebenenfalls auch wahrscheinlich, dass der Interessent dann schon etwas sagt, Mensch, kostet jetzt aber 15.000 Euro, ich habe aber gehört oder habe hier mehrere Angebote vorliegen, da ist das Ganze nur mit denselben Leistungen bei 12.000 Euro. Ja, dann weiß man auch schon, da liegen mehrere Angebote vor. Also durch gewisse Äußerungen, die der Gegenüber sagt, kann man das ja meistens schon raushören, ob da schon eher Gegenangebote vorliegen oder nicht. Wenn man da das Gefühl hat, dann kann man da weiter in das Thema reingehen und schauen, ob das dann überhaupt ein Interessent ist, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Ja, weil das Ziel dahinter ist es ja auch einfach zu filtern von den ganzen Interessenten, die hier reinkommen. Ja, man kann gar nicht jedem mit seinem Angebot weiterhelfen und wir wollen eben auch nicht die Zeit der Interessenten verschwenden, auch nicht unsere eigene Zeit oder die Zeit der Berater. Deswegen können wir einfach durch so einen Prozess, den man dann selbst eben, entweder, wenn ihr jetzt als Geschäftsführer oder als Berater eben das selbst mit durchführt oder ihr gebt das einfach nochmal an eine andere Person ab, die das für euch vorfiltert, damit ihr dann einfach eure Zeit effizienter gestaltet, nur mit den Leuten sprecht, die auch wirklich gut geeignet sind, weil dann könnt ihr auch mehr Zeit investieren und dann sind am Ende des Tages auch die Abschlussquoten besser. Weil wir können die wirklich geeigneten Leute, können wir Zeit und Energie wirklich gebündelt rein investieren und dann kommen da auch schöne Aufträge am Ende des Tages bei raus. Genau, was mir zum Beispiel auch immer wieder auffällt, ist, dass viele Betriebe den Engpass sozusagen in der Vertriebleranzahl sehen. Tatsächlich ist es eher sozusagen das Problem eher dabei, sage ich mal, dass man nicht genug die Interessenten vorfiltert. Das heißt, man kann sich auch dadurch schon mal Kosten natürlich bei Vertrieblern dann dementsprechend auch sparen. Ja, und die Zeit dann im Endeffekt oder beziehungsweise den besseren Vertrieblern, die man natürlich auch in der Firma logischerweise auch hat, dann im Endeffekt denen auch natürlich schon mal die geeigneten Anfragen auch zukommen lassen, damit die natürlich auch daraus auch einfach eine erhöhte Abschlussquote dann natürlich auch automatisch auch haben. Genau. Es macht ja auch nicht so viel Sinn. Also wir haben jetzt fünf Vertriebler und die sind alle ausgelastet mit ungeeigneten Anfragen. Dann reichen vielleicht auch drei Vertriebler. Man hat vielleicht noch eine Teilzeitkraft im Büro, die filtert die Anfragen vor, weil die hat dann auch nicht das Interesse, so viele Interessenten wie möglich durchzulassen, sondern die filtert das genau nach einem gewissen Standard, die du als Geschäftsführer dieser Person vorgibst, filtert die das Ganze vor. Und der Vertriebler bekommt eben nur die gut geeigneten Interessenten weitergeleitet. Der ist logischerweise dann auch viel motivierter oder hat auch mehr Bock dazu, weil der merkt, okay, ich kriege hier nur Anfragen, die einem bestimmten Standard entsprechen, die super gut sind. Und da sind ja auch die Abschlussquoten dahinter dann viel besser. Und es sind die Abschlussquoten besser, der ist erfolgreicher. Dann hat er auch natürlich mehr Bock und mehr Spaß, eben dann seine Beratung durchzuführen. Genau. Das ist eigentlich perfekt. Alles sozusagen zum Schluss nochmal zusammengefasst. Gut. Dann hoffen wir, haben wir euch jetzt mit diesem Prozess einmal einen guten Mehrwert mitgegeben. Und wenn ihr eben noch vorne mehr Antragen braucht, die ihr dann eben in euren Beratungsprozess natürlich dann qualifizieren könnt, damit ihr mehr Aufträge schreiben könnt, oder ihr braucht eben auch ein passendes Skript dafür, damit ihr genau wisst, wie könnt ihr sowas bei euch in der Firma implementieren. Dann bucht euch gerne bei uns hier einen Termin für eine kostenlose Potenzialanalyse und dann können wir gemeinsam mal schauen, ob und wie wir euch da weiterhelfen können. Genau. Und wir würden euch natürlich dabei auch unterstützen, das Ganze natürlich auch jeweils auf euren Bereich halt natürlich nochmal speziell hält und individuell auch anzupassen, damit natürlich wie gesagt auch alles schön funktionieren soll, so wie es auch sein soll. Dann bis zum nächsten Mal. Perfekt. Bis dahin. Perfekt.